So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Black Ops 2 Zombie Mode. Heute mal Farm Survival Online mit einem random Kerl mit einem Knochen. Der andere ist rausgetimt gerade. Der Noob. Ich will ja nicht sagen, dass ich besser bin. Äh, hier war die Olympia. Ja, ich denke du bist besser als einer mit einem Knochen. Keine Ahnung. Ah ne, der hatte sogar zwei. Hammer. Ähm, ich hab gar nicht Hallo gesagt. Du hast nicht Hallo gesagt, dann sag doch mal Hallo. Oh Gott, das hab ich vergessen. Sorry Leute, hallo, servus. Oh Gott. Oh Gott, schlimm. Jetzt werden Leute sterben. Ja. Und zwar du. Ja, nein, der Zombie ist nicht der Zombie. Doch, der Zombie wird sterben. Ja, das weiß ich. Jetzt, meiner, verzehr dich. Depp. Ja, okay, hier hast du dein Fenster wieder. Verdammt. Aha, schön wär's. So. Ähm, Tastatur, oh, Tastatur ist auf Rot. Gut, gut. Meine jetzt auch. Dann glaube ich, Transit war nämlich auf blau, deswegen wurde das nix. Ja, wir haben vorhin Transit gespielt und erstmal, ja, Maximilian hat abgekackt. Das war nicht ich. Das war meine Internetverbindung. Nein. Ausnahmsweise mal nicht. Okay. Wer hat denn jetzt hier schon wieder zur Box aufgemacht? Ich. Coole Sache. Werd doch dann stehen, wenn ich mit Granaten nach dir werf. Entschuldigung. Ähm, vielleicht bin heute wieder sehr gesprächig. Liegt vielleicht an meiner Müdigkeit. Äh, äh. Armes Kind. Es ist 5 Uhr, Maximilian. Es ist 5 Uhr. Viel zu früh, Alter. Viel zu früh. Nicht nachts. Ja, weiß ich. Viel zu früh. Oder sagen wir viel zu spät. Normal müsste ich jetzt vor einer Stunde im Bett sein. Netschmann. Ja, genau. Heißt du Maxl oder was? Äh, wieso musst du auch so früh ins Bett oder wie? Ne, ne, das hat, das hat eine uralte Tradition auf unserem Kanal, ja. Aber das versteht man, das versteht, ne, ne, auch das mit dem, aber das versteht man nicht, wenn man die, unsere allerersten Minecraft Let's Plays nicht gesehen hat. Deswegen wirst du's nicht verstehen. Ich hab aber erstens mal, äh, nicht sehr viel, aber ich hab davon was angeschaut. Ich hab übrigens ne RPG. Das ist schön, ich hab ne Farbe. Ähm, warte, wie? Rucklige Welt oder so? Minecraft. Ach komm, das war der erste Folge. Ich hab gesagt, die ersten paar Folgen davon. Damit mein ich schon die ersten 30. Achso. Ja, ne, also... Tut's euch nicht an. Doch, bitte. Aus ihr wird lachen. Ja. Also, ich hab gelacht. Ist mir schon klar. Ach komm, Olli. Du hast es ein... Wenn du dir das jetzt anschaust, musst du auch lachen. Gibst du. Ja, natürlich. Aber weil sie so cool sind. Hier hinten hört man ne Eule, wenn man am Fenster steht. Das ist äußerst interessant. Runde 3 und ich schieße schon mit dem RPG rum. So, dann sieht man... macht er ja keine Kills mehr. Ähm, was wollte ich sagen? Ach ja, äh... Um einfach mal ein bisschen was zu labern und nicht ganz zu verstummen hier. Ähm... Was, außer, dass es von Infinity Ward ist, denkst du von Call to the Ghosts. Es ist der Nachfolger von MW3 und es reicht mir. Ach. Reicht mir dafür, dass ich es nicht kaufen werde. Aber willst du wissen, dass es der Nachfolger von MW3 ist? Viele behaupten... Nachdem es der nächste Teil nach MW3 ist. Ja, aber... Das ist automatisch der Nachfolger. MW2 ab. Ghosts, ne? Ja, ja. Deine Mutter auch. Echt? Ja, keine Ahnung. Kann ja sein, dass es gut wird. Ich hatte eigentlich beschlossen, mir keine CODs mehr von Infinity Ward zu kaufen. Sünder. Wow. Ich wusste, was du bekommst. Naja, okay. Infinity Ward hat ein gutes Spiel gemacht. Und das waren zwei gute Spiele. Modern Warfare und Modern Warfare 2. MW3 kann man sich drüber streiten. Nein, da gibt es überhaupt nichts zum Streiten. Das Spiel war das schlechteste COD, das es gibt. Ansichtssache. Das hatte keine... Boah, Junge, block mich doch nicht, du Lappen, Alter. Mann. Guiseppe... Ist da einer scheiße, Maximilian. Ist da einer scheiße. Ich weiß auch, wer scheiße ist. Der Guiseppe Sommer, Alter. Oh, bitte. Schau dir auf YouTube das Gameplay an und schau, wie ich über dich abrage kann, du Lötz. Du Blöder. Ja, das war logisch. Das war logisch. Mach ich mir irgendwas, deckst du ihn denn nicht? Entschuldigung. Ich kann meiner Pflicht des RPGs nicht nach. Oh, und ne DSR, Alter. Jetzt habe ich schon ne... Oh, Mann. Ja, das ist ganz ehrlich. Ich weiß schon, wie du das nennen kannst. Rage Mode on, Alter. Mann. Ach, wieso denn? Mir macht's Spaß. Ach. Ey, das ist... Ja, weiß, das... Ey, du Guiseppe, Alter. Guiseppe Sommer. Guise... Das kann man nicht mal aussprechen, Mann. Such dir mal einen entscheidenden Namen. Entschuldigung. Jetzt habe ich schon wieder einen Down wegen dem Lötz. Guiseppe Sommer. Kann es Französisch sein? Guiseppe Sommer. Sommer. Guiseppe... Keine Ahnung. Du hast doch Französisch. Ja, Schwule. Es ist Wochenende, es ist einmal ein bisschen vollgesteuert. Ja, ich muss noch für Physik lernen, heute und morgen. Und selbst dann habe ich noch nie in meinem Leben was von Guiseppe Sommer gehört. Ja, höre ich es wahrscheinlich nicht, weil es ein Name ist, beziehungsweise eher ein Gamertag. Ja, Guiseppe Sommer, Alter. Und da noch so ein Lötz vor der Box hier, ne? Pass auf, was du sagst. Ey, das ist wohl geil. Ich schieße hier gegen die Wand und dann kille ich irgendwen da hinten. Jetzt kannst du ja hier... Wow. Lass mich runter. Du kannst ja einfach so einen geilen Trickshot, was weiß ich, auspacken. 7... Wow. Macht das einen Kill? Macht das einen Kill? Ich werde down gehen, Alter, mit der D ist eher an der Box. Eingeklemmt. Ist da einer scheiße, Maximilian? Ja, der Guiseppe Sommer. Nein, ich habe zwei Downs, der eine war unberechtigt. Ich habe mich geblockt, das... Nicht, sag ich nichts. Jetzt block mich doch nicht, du Vollidiot. Gut so. Zeig ihm, wie der... Denn Ollis wissen, wer der Guiseppe Sommer ist. Kannst du ja echt Suicide 720 across? Warte, warte, warte. Gib dir hier. Hier, Relo cancel. Hammer. Stehst auf dem Boden und schießt drei Sekunden später. Hammer. Ja, aber... Der Trickshot, du. Der Trickshot. Ultimate Trickshot of the Universe, du. Wow. Drei von diesen Scheißteilen und das macht trotzdem einen Crawler. So, jetzt kommt, bitte gib mir noch ein paar Punkte. Wow, triffst du noch nicht mal den. Meiner. Headshot. Mit der Fall. Und da kommt was von hinten. Nimm den mal. Da das nicht. Oh, bin ich froh. Äh. So. Guiseppe Sommer. Meiner. Meiner. Hm. Holt's los. Ja, wie denn? Wieso hol's ich nicht? Meine Fresse ist da einer Scheiße. Halt die Klappe, halt. Ich hing am Stuhl. GOTT. Entschuldigung, Leute. Entschuldigung. Ich hab noch nie so bei Zombiemo geraged. Aber egal. Als ob das MW3 wär, ne? Aber da kann man nicht wieder drüber streiten. Oh, die halt die Fresse. Alter. Als Multiplayer muss man auch nicht mehr viel sagen. Außer WONDER. Außer WONDER. Außer WONDER. Naja, der David. Das ist schon so einer. Oh, Collateral Hitmarker. Ne, ich re-rage jetzt nicht über den Hitmarker im Zombie. Wobei wir jetzt... Ah, ne, falscher Kanal. Stopp. Okay, Ende. Wow. Macht irgendwie Spaß mal wieder mit Randoms zu spielen. Habe ich ewig nicht mehr gemacht. Mir nicht! Giuseppe Sommer. Das heißt, ein Knochen und dann schon die mit dem Totenschädel blocken müssen, oder? Ich hatte übrigens ne Idee für ne geile Challenge. Aber das... Ja, das kann ich dir dann sagen, wenn das soweit ist. Dann brauche ich mir noch ein bisschen Vorbereitung für machen. Da bräuchte ich am besten... Vielleicht gibt's jetzt also ne App, die das machen könnte. Irgendwas für ein Mobilgerät, damit ich nicht rausthaben muss. Ähm, werde ich dir dann schon noch sagen. Ich bin jetzt dafür. Ja. Dass du's mir jetzt sagst, meine ich. Ne, das sag ich dann schon. Hier, du Giuseppe Sommerhalter. Fliss, mein Nosekop. Wo ist er denn? Hier hinten. Der steht die ganze Zeit da im Eck. Ja, so schaut der aus. Der bewegt sich nicht von der Stelle und hat weniger Downs als du. Halt die Fresse, Oli. Aber so schaut der aus. Weißt, in der Ecke schimmeln. Wie im Multiplayer. Das sind solche, die schimmeln in der Ecke mit dem Remington, oder? Ich mag den Giuseppe Sommer nicht. Auch, ich find den cool. Ich adde den, glaub ich. Und den Zombie tue ich aus meiner Fanslist raus. Ja, meine Fresse. Was kannst du eigentlich? Giuseppe Sommer. Boah. Passt recht. Der spielt gut. So. Quick Revive gekauft. So. Ich hab dich. Beweg dich nicht. Ach, kannst ja nicht. Bist ja down. Ist so reizend. Recht reizend. Doppel. Oh, Junge. Weißt du nicht, was Chaga ist? Holst du halt endlich mal. Lötz. Oh Gott. Maximieren. Der hat jetzt gerade mal einen Down mehr als du, ja. Was? Nein, 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 nein. Stopp. Halt, stopp. Hallo? Hallo? Danke. Dafür hab ich ne. Das ist eher. Was hat er? Ne, wir haben einen. Nein, Sven ist leer. So, jetzt muss ich auch mal wieder zur Box. Gute Idee, gell? Fick dich. Ah. Nice. Fick dich. Oh, das deckt mich bitte. Das warst du wieder, du? Alter, Oli. Wenn ich jetzt da und... Oh ne DSR? Ne will ich nicht. Obwohl nehm ich mal und geh nochmal. Olli! Quickscope! No scope! Noch ein Scope! Ach schon wieder das scheiß Type! Lach Linksverziehung 25! Olli! What denn? Hier ist doch nix! Type 25 hier Linksverziehungswaffe! Wo bist denn du Senkel? Ich bin unten! Du hast doch nen Arsch offen oder? Ja, du nicht! Ach geil! Oh! Freidecksrunde! So, ich würd dann gerne nochmal zur Box ne? Dankeschön! Ich bist nicht! Warte! Tsche! Meine! Ach ich hab gute Waffen egal! Nochmal! Fähig! Ne will ich nicht! Glaub mich doch nix! Mach zu! Ach, geh auf Sip Sommer! Was kannst denn du? Olli! Geh weg da jetzt! Ja ok! Oh ich kann nochmal! Geh auf Sip Sommer! Meint ihr müsst boxen! Ja komm, nehm sie! Ja, danke! Flipp doch! Hahaha! Du hast doch am Arsch! Oh Raygun! Soll ich? Soll ich? Soll ich? Ne! Oder? Dann nimm sie halt jetzt! Ne! Hahaha! Ich flippe aus! Dann muss ich ja mal ein bisschen Fun haben hier! Fun! Hahaha! Und mit Mann mach ich mich! Der nächste der Boxstipp! Bauch er fliegt jetzt weg! Das reicht jetzt mal! Hast du EMP? Olli willst du nicht mal boxen gehen? Ja! Eigentlich schon! Hahaha! Und die Hammer! Oh! Ich bin rot! Meine Freizegur seit Sommer! Soll ich? Ich hab Quick! Egal! Es ist halt echt unklug, dass wir hier alle hoffen! Stimmt! Ich hätte nicht mein ganzes Geld verboxen sollen! Meine... Meine... Meine Freizegur! Was kannst denn du? Ach sorry! Sei gegleist, wer bleibt! Nochmal! Aufnahme für Händen! Tschüss! Das mach jetzt nochmal! Ohne Geosip Sommer! Nee! Das ist lustig in der Aufnahme zu Rage! Das lass ich! Das lad ich so hoch! Echt jetzt? Ne! Oh! Meine Fresse! Entschuldigung! Lappen! Lurz, Lurz, Lappen, 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 leave please! Du hast es noch nicht mehr im Voice Shit gesagt! Doch, komm! Nicht wirklich, dann wär das ein Symbol und ich hätt's gehört! Ja, hier! Hallo! Du! Ey, ihr drückt auf mir rein! Halle, komm! Komm, geh mal! Ach, Alter! Das ist... Du!